Okay, geht los. Warum glauben Sie, dass Sie heuer zum Europäer des Jahres nominiert wurden? Ja, European Voice ist eine sehr anerkannte Fachzeitschrift, die wird in Wahrheit von allen Entscheidungsträgern in Europa gelesen. Und da wird auch immer sehr kritisch darüber berichtet, was in Europa sich entwickelt und wer natürlich auch die handelnden Personen sind. Und ich glaube, dass ich jetzt nach zwölf Jahren im Europäischen Parlament natürlich auch die handelnden Personen alle sehr gut kennengelernt habe. Und das natürlich auch spürbar wird, weil man diverse Projekte oder diverse Gesetzesvorlagen dementsprechend effizient umsetzt. Und insofern freut es mich, dass eine hochkarätige Jury bei European Voice mich aus einem der 50 Abgeordneten bzw. handelnden Personen auf europäischer Ebene vorgesehen hat, um Europäer des Jahres zu werden. Ich empfinde das eigentlich wie olympische Disziplin. Man ist nominiert zur Olympiade und darauf bin ich ganz besonders stolz. Welche anderen Großprojekte haben Sie heuer noch betrieben? Ich glaube, am meisten ist aufgefallen die Direktive zum Roaming. Das heißt also telefonieren innerhalb der 27 Mitgliedsländer, wo es sehr große Preisunterschiede gegeben hat, die eigentlich von der Kalkulation her nicht gerechtfertigt waren. Wir haben es geschafft, durch die neue Regulierung durchschnittlich eine 70-prozentige Preisreduktion zu erreichen. Also mit so einem sogenannten Price Cap, wo man die Kosten als Grundlage genommen hat und dann ungefähr mal 10 gerechnet hat, sodass hier noch immer genügend Spielraum für die Telekommunikationsindustrie besteht. Aber ganz stolz bin ich natürlich auch darauf, dass das Thema in der Kommission schon sehr strittig war, dass es hier einen großen Unterschied gegeben hat zwischen nördlichen und südlichen Staaten, zwischen Ost und West. Weil natürlich nur Süden viele Touristen von Norden in den Süden sich im Sommer begeben und deshalb auch die Gebühren mitwandern. Oder Ost-West, Länder mit sehr geringen Einkommen, haben natürlich hier auch größere Probleme gehabt, die Roaminggebühren zu bezahlen. Oder neue Telekom-Unternehmen, die am Markt gekommen sind, gegen Etablierte. Also ein Riesenspannungsfeld. Und uns ist es gelungen, den Vorschlag der Kommission innerhalb von sieben Monaten nicht nur zu verbessern, sondern auch in Kraft zu setzen. Und das hat es, glaube ich, auf europäischer Ebene in diesem Bereich noch nie gegeben. Es ist uns fernerhin gelungen, erstes Mal eine Gesetzgebung durchzusetzen, die nur drei Jahre gilt, also eine sogenannte Sunset-Clause. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz unbedeutend, dass wir erstmals vorgeschrieben haben, eine sogenannte Mascare-Regelung. Das heißt also, dass jedes Telekom-Unternehmen ein Recht hat, jeden Kunden über bereits vorhandene Infrastruktur zu erreichen. Und ich glaube, dass diese drei Punkte, nebst der Preisreduktion, natürlich auch international in den Medien eine Riesenrolle gespielt haben. Ich glaube, es war einer der Gesetzgebungsakte, der weltweit mit allergrößter Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Ganz egal, ob das in China, in Japan oder in Amerika war. Und ich bin eigentlich ganz stolz darauf, dass jetzt andere Länder außerhalb der Europäischen Union uns anbieten, diese Regelungen auch zu übernehmen. Konkret der europäische Wirtschaftsraum, also Schweiz, Norwegen, Liechtenstein, Island werden jetzt innerhalb kürzester Zeit diese Regelung auch mit übernehmen. Die nordafrikanischen Staaten haben sich dazu entschlossen, hier mitzumachen. Auch aus Indien ist hier das Angebot da. Also es hat de facto eine weltweite Bewegung hier mit dieser Gesetzgebung stattgefunden. Und ich glaube, dass das schon zeigt, dass Europa, wenn wir Schrittmacherrolle übernehmen, weltweit auch ganz einfach für die Konsumenten sehr viel bewegen können. Weil Telekommunikation und Kommunikation an und für sich eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte ist. Wo man natürlich schauen muss, dass der Wettbewerb sich auch im Interesse des Konsumenten entwickelt. Sie haben ja neben dem Roaming-Projekt auch noch andere große Projekte im letzten Jahr. Ja, ein Projekt, das mir ein ganz besonderes Herzensanliegen ist, ist natürlich der sogenannte Energy Globe. Weil er auch mit Gesetzgebung zu tun hat und wir in der Gesetzgebung nicht immer nur mit Strafen vorangehen sollten, sondern wir sollten insbesondere auch Anreizsysteme schaffen. Und hier ist gerade das Thema Energieeffizienz natürlich ein enormer Anreiz, weil man auf der einen Seite den Energieeinsatz reduziert und gleichzeitig geringere Kosten hat. Und ursprünglich war ja nur dieser Top-Down-Ansatz da der Emissionsreduktion um 20%. Ich glaube, dass das zu wenig ist. Ich glaube, wir sollten, und noch dazu ist dieser Ansatz weltweit leider nicht verpflichtend, hat er sich durchgesetzt. Deshalb, glaube ich, hat der Europäische Rat jetzt einen neuen Zielkorridor geschaffen, nämlich 20% Energieeffizienzsteigerung. Da sollte man sich jetzt bemühen, auch in Bali diese 20% Energieeffizienzsteigerung verbindlich durchzusetzen. Und wir haben natürlich auch das Ziel, 20% erneuerbare Energie. Das ist vor allem für die Landwirtschaft und für die ländlichen Gebiete auf dieser Welt eine irre Chance, endlich auch ein faires Einkommen zu bekommen. Gerade für die ärmsten Länder dieser Welt ist es wichtig, bessere Erzeugerpreise zu bekommen. Und ich glaube, dass das für den Weltmarkt auch eine Riesenherausforderung ist, dass nicht nur der Lebensmittelmarkt hier eine neue Chance erhält, sondern auch die erneuerbare Energie. Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, die uns auch zu neuen Regelungen in der WTO verhelfen wird. Und glaube ich, mit Öffnung der Märkte und mit ordentlichen Preisen, nämlich beides gehört zusammen, ist ein neuer Wachstanzschub für Europa gewährleistet. Und dafür setzen wir uns natürlich ein. Und letztlich ist ja Wirtschaft dann auch die Grundlage für mein drittes Projekt, das ist das sogenannte Friedenslicht, das wir jedes Jahr aus Bethlehem kommend über Österreich dem Präsidenten des Europäischen Parlaments übermitteln. Wir wissen, dass wenn Wirtschaft und Handel gut funktioniert, dass natürlich auch Demokratie gestärkt wird. Und wenn die Menschen Eigentum haben, wenn sie etwas zu verteidigen oder etwas auch zu verlieren haben, dann stärkt das natürlich auch den Zusammenhalt. Und ich glaube, dass dieses Friedenslicht auch weltweit ein Symbol dafür ist, dass Europa bereit ist, sich für den Frieden weltweit einzusetzen. Europa ist ein Musterprojekt geworden in dieser Welt zur Friedenssicherung. Und ich glaube, gerade der neue Reformvertrag, der hier am Tisch liegt, ist ein weiterer wichtiger Schritt, den Frieden in Europa zu sichern. In Wahrheit haben wir uns alle daran gewöhnt, dass wir in Frieden leben. Faktum ist, wenn wir rund um diese Welt schauen, gibt es derzeit, glaube ich, noch circa 30 Kriegs- und Krisengebiete, wo man sich noch mit Waffengewalt gegenübersteht. Und hier haben wir die Verpflichtung, diese Demokratisierung, diese Streitkultur, diese Konsenskultur, die wir hier in Europa entwickelt haben, auch weltweit zu exportieren. Europa als Friedensprojekt sollte exportiert werden. Noch einmal zurück zur Renommierung als Europäer des Jahres. Wie hat die Abstimmung stattgefunden? Die Abstimmung wurde so durchgeführt, dass jeder, der eine Internetadresse hatte, einmal ein Voting abgeben konnte, sodass pro Person und Internetadresse eine Stimme möglich war. Zusätzlich dazu wurde das noch kontrolliert von European Voice mit einem Rück-E-Mail, das auch noch einmal bestätigt werden musste, sodass also auch hier korrekte Abstimmung gewährleistet ist. Und ich bin natürlich sehr glücklich, dass das Netzwerk, das hier in den vielen Jahren entstanden ist, sich für mich ganz massiv eingesetzt hat. Und hier möchte ich allen, die mich unterstützt haben, auch ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen, weil letztlich ist es unser gemeinsamer Erfolg, dieses Europa positiv gestalten zu können. Wer sind Ihre Mitbewerber? Wer sind Sie sonst noch nominiert? Es wird hier in verschiedenen Kategorien abgestimmt. Von den Abgeordneten sind es insgesamt sechs aus 785, die nominiert wurden. Ich bin hier der einzige Österreicher, der nominiert wurde. Wir haben dann noch andere Kategorien wie der Journalist des Jahres. Der Wirtschaftstreibende des Jahres, der Kommissar des Jahres, der Campaigner des Jahres. Also die verschiedensten Möglichkeiten hier in den Kategorien Sieger zu werden, bestehen. Und aus dieser Gesamtschaft dieser Kandidaten wird eben dann der Europäer des Jahres gewählt. Und ich glaube, das wird heute Abend eine große Freude sein, zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich für Europa überdurchschnittlich einsetzen. Und ich glaube, das wird heute Abend nicht möglich, Vielen Dank.